Ich fühl dich gegrüßt, wer auch immer du bist. Ich freu dich, ja du Spack, ich hab nur die Geräte! Was? Ich kann not my stream in your stream! So! Dann wollen wir mal. Autsch! Au, willst du mich verarschen? Halleluja, Brüder, wir haben es geschafft! Ach, musst du am Arm kratzen! Nicht kratzen, waschen! Ja, ich weiß! Verhalte deinen klugen, scheißer Kommentar für dich. Und nein, ich bin nicht schizophren. Aber das wäre bestimmt von irgendjemandem gleich wieder gekommen. Oder ist wahrscheinlich bei irgendeinem Hater-Stream wieder gekommen. Deswegen hab ich den gleich vorgebeugt. So, wir machen noch den Tempel fertig. Und dann würde ich sagen, für heute ist Schluss. Aber ich hol mir in der Zwischenzeit mal schnell ein Bier. Eine zweite Flasche von gestern. Ihr könnt ruhig noch, wenn ihr Pipi machen wollt, könnt ihr ruhig noch machen. Ich werde erst mal ein paar Nachrichten beantworten. Dann machen wir ein paar Minuten Pause. So, jetzt mach ich mir noch mal Bier auf. Braucht euch nicht beeilen oder keinen Stress machen. Hol ich mal Flaschenöffner. Mann, ich sollte meine Flaschen nicht einmal wegräumen. Eigentlich war ja heute geplant, dass ich aufräume. Aber naja, so wie ich mich kenne, werde ich heute Nacht wieder aufräumen. Schmeiß ich heute Abend wahrscheinlich wieder irgendeinen Film rein, den ich schon tausendmal gesehen habe. Oder irgendeine Serie und dann renne ich dabei weiter. Okay. Ohne Scheiß, ihr rechtsherikalen Wichsgesicht der Nazis. Alter, verpisst euch aus meinem Stream. Ihr habt hier nichts verloren. Alter, die Menschheit will euch nicht. Verpisst euch einfach nur. Nein, du sollt mich nicht ablecken. Ihr geht, 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 geht. Ihr sollt mich nicht immer ablecken, ihr Fuzzis. Eey, Pfui. Ihh, ihr lecken die mich hier einfach ab. Äh. ich könnte jetzt gemein sein und sagen ich bin ja nein könnte ich nicht sagen nein lasse ich ich lasse bleiben ich bin brav ausnahmsweise mal okay wenn ihr arschlöcher euch nicht benehmen könnt dann machen wir eben den abochat an das ist mir auch egal schreibt eh keiner so kosmo machen wir nicht mal rund kosmo immer diese hater weißt du die können einfach nicht alleine kommen die müssen immer in der gruppe auftauchen nur dass ich immer noch stärker bin als ich ich weiß gar nicht warum ihr immer versuchen wollt mich zu provozieren wo ist denn euer problem eigentlich wenn ich jetzt rausgehe mir schneller ding holt ist fahrt jetzt schon tot also ist er schon in der letzten phase wo man jetzt nur noch abhauen muss ganz ehrlich ich hab keinen bock mehr ich hab echt keinen bock mehr warum sollte man warum kriegt man von einer hafee nur verdammte vier herzen alter na gut leute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe jetzt beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin euer drache und haut rein ich hatte es wieso schon vor zwei stunden vor aufzuhören mein geburtstagsgeschenk